Zu Anfang möchte ich kurz bemerken, dass ich diesen komplexen politischen Zusammenhang vorrangig aus meiner eigenen Perspektive beschreiben kann und werde. Könntest du für unsere US-amerikanische Zuhörerschaft kurz die Teilung von Deutschland und von Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg beschreiben? Welche Parteien waren wo an der Macht? Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland die Aufteilung in West- und Ostdeutschland, entsprechend der alliierten Sektoren der Siegermächte, Sowjetunion, Großbritannien, USA und Frankreich. Das war dann so, dass die DDR der Sowjetunion unterstellt war und die spätere Bundesrepublik den drei Westmächten. Die Hauptstadt der DDR war aus Berlin. In Westdeutschland war es dann aber nicht West-Berlin, welches einen Sonderstatus innehatte, sondern Bonn, eine Kleinstadt in Westdeutschland. Wichtig war dann, dass es Grenzkontrollen gab. Es gab die Mauer um West-Berlin und es gab strenge Grenzkontrollen, wenn man die DDR passieren wollte oder musste, um von West-Berlin in die BRD zu reisen oder andersherum. Dafür gab es dann spezielle Transitstrecken, also Autobahnen. In Richtung DDR waren die Bürokratie und die Kontrollen um einiges strenger. Auf die Parteien bezogen war in der DDR die Sozialistische Einheitspartei SED an der Macht, durchgehend bis zur Wiedervereinigung, die man eigentlich als Annexion der DDR durch die BRD betrachten kann. Und in der BRD gab es wechselnde Koalitionen zwischen zwei Großen und einer kleinen bürgerlichen Partei, die so in verschiedenen Konstellationen an der Macht waren. In den 80ern kam dann noch eine neue ökologische, irgendwie linke Partei dazu, die da aber eher klein war. Aus welcher Stadt kommst du bzw. wo bist du als Aktivistin aufgewachsen? Wie bist du zum Aktivismus gekommen und an welche Art von Aktivitäten hast du dich im Allgemeinen beteiligt? Ich komme aus Westdeutschland, war aber seit 1980 in West-Berlin und wurde politisiert in der Häuserbewegung, auch aktiv. Aber eigentlich erst in den 90ern, weil ich in den 80ern noch ein bisschen zu jung war, um an der Häuserbewegung, die Anfang 80 anfing, so richtig aktiv teilzunehmen. Anti-AKW-Bewegung könnte ich noch nennen. Als Jugendliche war es damals innen, sich im linksalternativen Ökomilieu zu verorten. Die linke Stadtgerilla raf in Westdeutschland war total innen und man hat die Kürzel überall gesehen. Das A im Kreis, also das Anarchiezeichen, war irgendwie auch cool. Das war so ein bisschen das Ambiente meiner politischen Sozialisation als Jugendliche. Teilgenommen habe ich an Demos in West-Berlin und Westdeutschland, aber auch nicht nur gegen AKWs oder so, sondern auch gegen die Staatsbesuche von US-Präsidenten oder zum Beispiel von Außenminister Haig. Was ich im Alltag so gemacht habe, war Stadtteilarbeit, Infoladen an der Kreuzberger Subkultur mich verortet, linksradikale Kampagnen, Hausbesetzungen, so viel zu mir. Kannst du uns etwas über die sogenannten Autonomen in Deutschland erzählen? Was waren ihre wichtigsten Ideen und welche Art von Aktionen passten unter diesen Titel? Ich kann was dazu sagen, ab Anfang der 80er, vorher gab es diesen Begriff ja auch noch gar nicht, Autonome. Später werde ich aber noch mehr dazu sagen. Was die Prinzipien angeht, so kurz als Aufzählung einiger wichtiger Ideen. Konsensprinzip in der Entscheidungsfindung, Dominanz abbauen, nicht leugnen, Internationalismus, act local, think global, keine StellvertreterInnenpolitik, sondern eine Selbstorganisierung, vom eigenen Subjekt ausgehend, statt so moralisch, man muss doch das und das für die Leute erkämpfen, Vertrauen eher durch soziale Kontakte statt durch eine Organisierungsteilnahme, eine Ablehnung von bürgerlichen Denk- und Lebensweisen und die aktiv hinterfragen, Alternativen aufbauen und selbst auch leben, statt immer nur zu sagen, irgendwann kommt die Revolution und dann wird das schon, selbstbestimmte Wahl von Mitteln in Richtung auf Aktivismus, jenseits von Legalität, legal, illegal, scheißegal, Nutzen der Erfahrungen der 68er, Organisationsfeindlichkeit, antistaatliche Haltung, antinational, undigmatisch, unberechenbar. Was den Aktivismus angeht, so wurde damals viel darüber diskutiert und es war ein Konsens, dass Unbeteiligte nicht gefährdet werden sollten. Es gab allerdings die beiden Graubereiche Nazis und Bullen. Das wurde auch lange diskutiert, wo der Grenzbereich ist. Aber wichtig war, keine Unbeteiligten zu Schaden kommen lassen. Weitere Stichworte sind staatliche Grenzen ausweiten, Spielräume austesten und verteidigen, in sozialen Kämpfen intervenieren beziehungsweise soziale Problematiken aufgreifen, Klassenkampf, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Wir haben aber auch an vielen Dingen teilgenommen, die jetzt nicht spezifisch autonom waren. Ganz normale Demos, Sitzblockaden oder Mahnwachen, Flugis verteilen, Veranstaltungen organisieren oder als Umsetzung der eigenen politischen Ansprüche, Arbeitskollektive bilden, Lebenskommunen aufbauen, auch auf dem Land. Spezifisch autonom waren dann Dinge, die andere eher nicht getan haben und die selten auch viele andere mitgemacht haben und daher, was die Beteiligung angeht, im kleinen Rahmen blieben. Häuser besetzen, unangemeldete Demos machen, Scherbendemos machen, bei denen alle Läden beziehungsweise Schaufenster von Firmen, die eng mit dem kapitalistischen oder staatlichen System verknüpft sind, entglast werden, Banken, große Ketten, das Ganze aber auch beschränkt auf die zuvor anvisierten Ziele. Aus legalen Demos heraus Aktionen machen, zum Beispiel Bullen angreifen oder an irgendwelche Fassaden Sachenrand sprühen während einer Demo oder mit Farbeiern bewerfen, sprich als gemeinsamer Block von angemeldeten Demos heraus. Klandestine Sabotageaktionen wie Brandsätze gegen Firmenautos oder Infrastruktur wie Strommasten, Bahnlinien im Fall von Atommülltransporten oder vor Nazi-Demos, Markieren oder sogenanntes Outing von Verantwortlichen oder deren Treffpunkten bei Nazis oder von politisch Verantwortlichen markieren, wo die wohnen, sei es mit Farbbeuteln oder auch öffentliche, nicht angemeldete Aktionen, wo auch tagsüber sowas passiert ist, sogenannte halböffentliche Aktionen, wo man versucht hat, mit vielen, die man untereinander mobilisiert hat und Bekannten irgendwo aufzutauchen und dort einen Redebeitrag halten, Flugis verteilen, sprühen, Lärm machen, plündern, stinkende Flüssigkeiten verteilen, wenn zum Beispiel ein Luxusrestaurant oder Kaufhaus eröffnete, Transparente aufhängen, verkleidet irgendwo in Institutionen, Firmenzentralen oder Ämter gehen und dort Quatsch machen, Verwirrung stiften, um Aufmerksamkeit zu erregen als Teil einer Kampagne. Für mich war wichtig, als Aktivität auch Camps zu organisieren, für und von Linksradikalen, zum Beispiel zum Thema Antirassismus. Jahrelang war auch einmal im Jahr ein Antirassismus-Camp, ein sogenanntes Grenzcamp, von dem auch immer viele nicht mit den Bullen abgesprochene Aktionen ausgegangen sind. Ansonsten noch, autonome Vollversammlungen bei aktuellen Anlässen oder auch mal regelmäßig. Eine Zeit lang gab es auch autonome Vollversammlungen, einmal im Monat. Presseorgane betreiben, wie bundesweit die Radikal, die es jetzt nicht im autonomen Sinne gibt, sondern eher von marxistisch-leninistischen Kreisen übernommen wurde und auch nicht mehr die einzige Bedeutung hat. oder die Interim, so ein Stadtmagazin in West-Berlin und später ganz Berlin, das es wöchentlich seit dem 1. Mai 1988 gibt. Welche Bedeutung hatte die Mauer in Berlin für die Autonomen und wie wirkte sich das auf die radikale Opposition zum Staat aus? Die Mauer war für uns in West-Berlin-Lebende relativ normal. Man hat sich nicht sonderlich daran gestoßen. Im Alltagsleben war das jetzt nicht so doll spürbar. Der Grenzverkehr war allerdings sehr schwierig. Man hatte kaum Kontakte in die DDR. Das hat sich erst Ende der 80er ein bisschen geändert. Es gab immer Gruppen, die Kontakte hatten und auch mal was rübergeschmuggelt haben, die für Linke in der DDR wichtig waren, aber das war sehr marginal. Erst mit der Anti-IWF-Weltbank-Kampagne von 1988, wo auch in Ost-Berlin Aktivitäten waren, da gab es dann Kontakte. Das heißt, das lag auch daran, dass nicht so viel linksradikaler Widerstand oder Bewegung sichtbar war. Das war dann auch tatsächlich so und wurde nicht nur von uns so gesehen. Es gab einfach wenig Organisierung. In West-Berlin war dann die spezifische Situation, dass wir einen Sonderstatus hatten. Es gab in Westdeutschland eine Wehrpflicht, aber die BewohnerInnen von West-Berlin waren davon ausgenommen und Leute, die der Bundeswehr entfliehen wollten, sind nach West-Berlin gekommen. Es gab viele Studis, weil es zwei große Unis gab. Billige Mieten, keine Sperrstunde, acht Prozent mehr Lohnen als Subventionen für West-Berlin. Dadurch gab es eine Menge Leute, die hierher kamen, die von sich aus eher schon links waren. Also ähnlich wie in anderen Unistädten, aber stärker durch diesen Sonderstatus. Dadurch war dann auch die Situation in den Häusern, in den besetzten Häusern so, dass sie als Utopie fungierten, wo viel entwickelt wurde. Es gab Anfang der 80er 144 besetzte Häuser in West-Berlin, was auch dem Umstand geschuldet war, dass es nicht die Hauptstadt war. Jedenfalls noch nicht. Zur Hauptstadt wurde Berlin erst Anfang der 90er, nach der Annexion der DDR. Und so war es auch möglich, so kleine Inseln zu haben, wo eine Menge an Organisierung und Alternativen lebenmöglich war. Zur Mauersituation noch eine Anekdote. Im Mai 1988 wurde das sogenannte Kubat-Dreieck besetzt. Ein Raum, der aufgrund eines kuriosen Grenzverlaufs ohne Kontrolle durch Ost oder West war, war, weil es offiziell zur DDR gehörte, aber hinter der Mauer in West-Berlin lag. Das dort errichtete Zeltdorf wurde zum Kubat-Dreieck ausgerufen, benannt nach Norbert Kubat, der am Morgen des 2. Mai 1987 festgenommen worden war. Ihm war Landfriedensbruch im Rahmen des 1. Mai vorgeworfen worden. Doch als er in Antrag auf Haftverschonung abgelehnt wurde, nahm er sich am 26. Mai 1987 in der Untersuchungshaft das Leben. Als die Westberliner Bohlen das dann schließlich doch räumen wollten, sind die BesetzerInnen über die Mauer abgehauen und wurden von den DDR- Grenzsoldaten mit Kaffee und Kuchen empfangen und konnten so der Repression entfliehen. Eine andere Anekdote ist, dass Piratensender in West-Berlin Sendungen, die in Ost-Berlin produziert worden waren und dann rübergeschmuggelt wurden, ausstrahlten. Denn die Mauer konnte natürlich nicht verhindern, dass die Radio- oder Fernsehsendungen auch in Ost-Berlin zu empfangen waren. Welche Ähnlichkeiten und welche Unterschiede siehst du im Vergleich zur marxistischen Autonomia Operaria in Italien, die der deutschen Autonomen Bewegung vorausging? Inwiefern unterscheiden sich die Autonomen in Bezug auf den Straßenkampf von den heutigen Anarchistinnen? Der Begriff Autonomie stammt zwar aus Italien und von der Autonomia Bewegung und hat sich auch erst im Laufe der 80er hier durchgesetzt. Die Autonomie Bewegung gab es in Italien ja schon in den 70ern. Es gibt also diesen realen Bezug, aber im Alltagsleben von Leuten, die sich in den 80ern und 90ern als Autonome bezeichnet haben, war dieser Bezug nicht wirklich spürbar. Es waren so Bezüge von Leuten, Westberlinern, die viel in Italien unterwegs waren, aber nur von Spezialistinnen. Es gab keinen großen, bewussten Bezug und auch keine Gleichzeitigkeit von Kämpfen. Für uns war das relativ unwichtig. Anfang der 80er war in Italien die Repression schon wieder sehr stark und hier ging das erst richtig los. Rein faktisch gibt es trotzdem Bezüge und auch Unterschiede. Unterschiede waren da, dass es in Italien eher marxistisch orientiert war und konzentriert auf Arbeiterbewegung und Fabrikkämpfe. In der BRD eher halt auf die autonome Szene, undogmatisch, organisationsfeindlich, subkulturell und eher in Häuser kämpfen. In der Anti-AKW-Bewegung stärker aktiv. Eine Gemeinsamkeit war die Straßenmilitanz, militante Aktionen, Ablehnung von etablierten Parteien und Gewerkschaften. Kannst du uns etwas erzählen über die Repression unter den CDU-Regierungen gegen die Hausbesetzerbewegung in Westdeutschland bzw. Westberlin der frühen 80er? Wie würdest du diese besetzten Häuser beschreiben und wie reagierten sie auf die polizeiliche Repression? War das etwas, das die Entstehung der Autonomen beförderte? Die Repressionen gegen die HausbesetzerInnen-Bewegung, sprich Durchsuchungen, Überwachung, Räumungen, gab es egal von welcher Partei. Da war die CDU nicht viel anders als die SPD. Regional bedingt gab es sehr unterschiedliche Interessenslagen. Vereinzelt gab es auch Tote, zum Beispiel starb Klaus-Jürgen Rathay, als er 1980 im Rahmen einer Räumung von den Bullen in den Verkehr getrieben und von einem Bus überfahren wurde. Das waren aber Einzelfälle. Es mussten nicht dauernd Tote beklagt werden. Etwa die Hälfte der Häuser waren nach wenigen Jahren geräumt. Das war sowohl bei der Besetzerbewegung 8081 so, als auch 1991, als im Ostteil der Stadt viel besetzt wurde aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse. Ungefähr die Hälfte der Häuser blieb übrig. Davon ist ein Teil noch politisch, andere in Form von befriedeten Wohnprojekten ohne öffentliche Räume. Eine Radikalisierung durch Repressionen gab es bestimmt, jedenfalls für Einzelne. Aber als allgemeines Phänomen würde ich das nicht so sehen, zumal es auch abschreckende Wirkung hatte, wenn Leute was abgekriegt haben, egal ob jetzt bei Räumungen oder bei anderen Anlässen. Der 1. Mai 1987 in Kreuzberg, Berlin, ist international bekannt als kleiner Wendepunkt in der Geschichte, wo Leute angefangen haben, sich verstärkt auf der Straße gegen den Staat zur Wehr zu setzen und als ein Tag, der die weiteren 1. Mai-Demonstrationen in Deutschland beeinflusste. Kannst du uns etwas über den 1. Mai in Berlin erzählen, angefangen mit diesem Jahr? Wie fand die Entwicklung von langweiligen Sozi-Märschen hin zu Straßenschlachten statt? Seit der Randale am 1. Mai 1987 gibt es eine große, eigenständige, revolutionäre 1. Mai-Demonstration mit jeweils ca. 10.000 Menschen. Nur einmal, 1994, gab es keine Demonstrationen, weil es im Jahr zuvor zu einer Auseinandersetzung mit einer dogmatischen, maoistisch-stalinistischen Kleinstgruppierung kamen, mit denen wir uns auf der Demo prügeln mussten. Dann haben wir es im nächsten Jahr einfach gelassen. Sonst gab es jedes Jahr die Demo, die Teilnahme hat auch nicht groß abgenommen im Laufe der 25 Jahre. Am Anfang war die Beteiligung vielleicht sogar ein wenig kleiner, jetzt aber stabil, immer so um die 10.000, würde ich sagen. Durch die Randale 1987 entstand so ein großes Selbstbewusstsein, auch was Eigenes machen zu können am 1. Mai, nicht immer nur kleine Blöcke bei der offiziellen DGB-Demo des Gewerkschaftsverbandes. Da immer die Gefahr einer Vereinnahmung durch Parteien und Gewerkschaften beklagt wurde, war das auch eine gute Alternative. Nur zur Erklärung. Die Gewerkschaften in Deutschland sind eher Sozialpartner des Kapitals, also sehr bürgerlich und etabliert, hierarchisch organisiert. Eine Ausnahme ist da die Freie ArbeiterInnenunion, die anarchie-syndikalistisch organisiert ist, die aber sehr klein ist, aber auch seit den 80ern aktiv. Es gibt noch immer kleine radikale Blöcke bei den großen Gewerkschafts-Demos am 1. Mai, aber die revolutionäre 1. Mai-Demo ist da relevanter. Seitdem die Nazis auch am 1. Mai Demos machen, seit etwa 10 Jahren, gibt es auch unsere Demo auch nicht mehr tagsüber, sondern eher gegen Abend, wenn man mit den Nazi-Aktivitäten und Blockaden fertig ist. Die waren dann teilweise auch außerhalb von Berlin, in Leipzig zum Beispiel, wo wir dann hingefahren sind. Meine Einschätzung wäre, dass durch die spätere Stunde und auch Abnahme der Organisiertheit der Leute, die auf eine Demo gehen oder speziell auf die 1. Mai-Demo gehen, durch immer mehr Handybenutzung und Filmereien, dass die Randale dadurch in jedem Fall schwieriger geworden sind. Der Versuch also, den Bullen eine Antwort zu geben darauf, wie wir im Alltag drangsaliert werden oder bei kleineren Demos mehr erleiden müssen, von Seiten der staatlichen Gewalt. Die Bedingungen dafür sind also immer schwieriger geworden. Das liegt auch an uns, dass es immer weniger festorganisierte autonome Gruppen gibt, die dann auch bei anderen Anlässen Barrikaden gebaut haben, die dann verteidigt, sich abgesprochen haben, wie man sich dann verhält und nicht einfach besoffen drauf loswirft. Das hat sich geändert. Die Festnahmen von betrunkenen und schaulustigen EinzelkämpferInnen haben in jedem Fall zugenommen. Das wäre so meine Einschätzung. Die Demo ist meiner Meinung nach immer noch inhaltlich gefüllt, wird jedes Jahr auch überlegt, was man da als Motto nimmt, was aktuell wichtig ist. Organisiert wird sie aber immer mehr durch Leute, die in der Antifa organisiert sind, weniger von autonomen Gruppen. Also wir haben uns da auch mehr rausgezogen. Teilweise, weil wir schwächer geworden sind, die Antifa dann auch mehr übernommen hat und teilweise, weil wir auch genervt waren von so einer größer, höher, schneller Herangehensweise. Also riesiger Truck mit vielen 10.000 Euro Kosten und wir hätten die letzten Jahre vielleicht mal eine unangemeldete Demo, weil wir dachten, wir könnten das auch durchsetzen. Da sind die Antifa-Gruppen aber strikt dagegen. Seit der Maueröffnung geht die Demo auch durch Ost-Berlin oder zum Teil im Westen und zum Teil im Osten. Beispielsweise gingen wir jetzt am 1. Mai vor ein paar Tagen nach Mitte, also dem ehemaligen Ost-Berlin, was jetzt nicht mehr so relevant ist, aber durchs Zentrum der Macht. Dieses Jahr haben wir das erreicht, mit 10.000 Leuten dorthin zu kommen. Letztes Jahr wurde das noch seitens der Repressionskräfte verhindert. Das war schon mal ein ganz guter Erfolg. Am Anfang, als die 1. Mai-Demo nach der Maueröffnung auch durch Ost-Berlin laufen wollte, da gab es auch Kritik von linksradikalen Gruppen aus Ost-Berlin, die das nicht so gut fanden. Dann mit roten Fahnen, die ja auch immer auf den Demos zu finden sind, durch Ost-Berlin zu laufen. Das hat den Hintergrund, dass es früher so staatlich verordnete 1. Mai-Arbeiter-Demonstrationen in Ost-Berlin beziehungsweise der DDR gab und das als heikel gesehen wurde, weil die Leute, die dort wohnen, keinen Bock mehr hatten auf DDR und das erstmal nicht so sympathisch finden würden. Deswegen gab es am Anfang auch sehr viele Fragen zur Route. Aber erst recht mit dogmatischen Gruppen, die sich dann auch mit Stalin und Mao-Fahnen der Demo angenommen hatten, fanden wir als Autonome dann auch total krass. Die Demo war halt auch von linksradikalen Gruppen, nicht nur von Autonomen, wobei wir da schon einen wichtigen Anteil hatten. Die stalinistisch-mauistischen ML-Gruppen haben dann so vor etwa zehn Jahren eigene Demos gemacht, die jetzt auch fast nicht mehr stattfinden. Am 2. Mai war aber auch immer der Tag der Arbeitslosen, weil wir natürlich auch keinen Bock haben auf Arbeit. Das drückte sich dann darin aus, dass wir auch am 2. Mai noch eine Demo oder eine Aktion machten. Das hatte aber lange nicht so eine große Resonanz. Was waren die allgemeinen Ziele des ersten schwarzen Blocks? Dienten sie der Unterstützung der Proteste auf der Straße, beispielsweise als Schutz oder Hilfe beim Ausbrechen oder existierten sie als eigene Protestform? Der Begriff Black Block beziehungsweise das Phänomen war kein selbstgewählter Begriff, sondern von Medien denunziatorisch gemeint so als Label aufgesetzt. Militantes Auftreten auf Demos in Blöcken oder in Ketten, das gab es schon in den 70ern auf Anti-AKW-Demos, als es noch keine als solche gelabelten Autonomen gab. Eher so kommunistische Gruppen, die auch aktionistisch und militant waren. Gab es auch welche, nicht nur so Labergruppen. Die Kennzeichen, die man schon damals sehen konnte, also Ende der 70er, Anfang 80er, schwarze Lederjacke, Helme, Knüppel, Vermummung, Schutzprotektoren an Armen und Schienbeinen, nur mit Leuten laufen in der Kette, die man kennt, das war halt identitätsstiftend. Ein Stärkegefühl und Abschreckung gegen Bullen, gegen Rausgreifen von Leuten, also auch ganz klar so Funktionalität und auch Ausdruck von Unversöhnlichkeit, dass man sich abhebt von sogenannten Large-Demos, dass man nicht nur appelliert an den Staat, sondern ein kämpferisches Verhältnis ausdrückt. Der Begriff Black Block wurde von uns erst in den 90ern so langsam übernommen. Wie das halt manchmal so ist, dass man sich solche Begriffe dann mal annimmt. Dann wurde es aber auch weniger divers im Aussehen. Also vorher 70er, 80er war es noch eher ein bisschen bunter. Eine Rolle dabei spielte zum Beispiel die Gruppe Antifa M aus Göttingen, die mit ihrem einheitlichen Auftreten und einem starken Militanzfetisch für eine Uniformierung sorgte. Aber natürlich ist es auch so, dass der Druck durch viel Filmerei, also die Bullen filmen ständig, Leute, die am Rande stehen, filmen auch ständig. Wenn da mal wirklich eine Aktion läuft, zum Beispiel Auseinandersetzungen mit Bullen, dann ist es auch extrem gefährlich, so eindeutig wiedererkennbar zu sein. Deshalb ist dieses Schwarz, also wirklich Schwarz-Schwarz, sehr einheitlich, auf jeden Fall den Unterschied zu den 80ern. Da war das sehr viel bunter, aber auch nicht so gefährlich. Die Ziele dieser Black-Block-Organisierung ist zum einen Stärkegefühl, Abschreckung gegen Nazis und Bullen, Durchbrüche von Bullenabsperrungen, Selbstschutz gegen Rausgreifen von Einzelnen und Aktionen während der Demo machen, Sprühen, Zäune und Gebäude angehen. In den USA wurden Vorwürfe erhoben, dass es privilegierte männliche Personen seien, die sich an militanten Straßenprotesten beteiligen. Was waren das für Leute, die beispielsweise am 1. Mai 1987 hinter der Vermummung zu finden waren? Auch bei uns gab es natürlich Diskussionen innerhalb der autonomen Szene über Mackerdominanz und männlich konnotierte Militanz angestoßen durch Frauen und durch Feministinnen. Das wird immer noch weit diskutiert, bei Anlässen oder einfach auch grundsätzlich. Das führte auch dazu, dass in den 80ern, soweit ich das mitgekriegt habe, auch Feministinnen eigene Blöcke auf Demos gemacht haben, zum Teil auch vorne gelaufen sind, sodass wir das durchgesetzt haben, dass wir bei linksradikalen Demos dann vorne den ersten Block gebildet haben oder auch eigene Demos gemacht haben, die auch zum Teil militant waren, zum Teil auch Scherbendemos oder Aktionen, die nur von Frauen oder später auch Frauenlesben auch zu Besetzungen geführt haben. Besetzte Häuser, die nur von Frauen getragen wurden. An dieser Stelle sollte ich vielleicht noch sagen, dass die Rollenmuster in männlich-weiblich bei uns natürlich auch virulent sind. Wir wollen das auch gar nicht leugnen. Eine Stärke für alle entsteht aber durch so eine Gruppendiskussion, durch ein Gruppengefühl, also das im Zusammenhang mit organisierter Militanz, mit einem Auftreten in der Öffentlichkeit, dann diese Rollenmuster, die auch in Bezug auf die Militanz maßgebend sind, weil die Frauen es nicht so gelernt haben, in der ersten Reihe zu gehen und Steine zu schmeißen und sich gegen Bullenübergriffe zu wehren, dass durch diese gemischte, aber auch getrennt geschlechtliche Diskussion es auf jeden Fall auch immer wieder möglich war, das zu durchbrechen. Also einerseits eigene Aktionsformen zu finden, andererseits aber Aktionsformen mitzumachen und nicht dem gesellschaftlichen Vorgegebenen zu folgen. Dass nämlich die Männer diesen Job übernehmen, mit Starksein und Sachen werfen, das konnte zum Teil ganz durchbrochen werden. Das ist jetzt auch keine Diskussion, die mehr so neu ist, aber so von der Umsetzung in eigene Aktionsformen, in eigener Organisierung würde ich sagen, hat es auf jeden Fall stark abgenommen. Meiner Wahrnehmung nach ist das in den 80ern viel stärker gewesen. Auch allgemein nochmal gesagt, wir sind ein Spiegel der Bewegung, kommen aus dem Mittelstandsmilieu, sind jungen, schon mehr Männer organisieren sich in unseren Reihen, das war in den 80ern vielleicht noch stärker als jetzt, insofern könnte ich auch jetzt sagen, kein Wunder. In Bezug auf den 1. Mai 1987, als in Kreuzberg die Bullen zum Teil nicht mehr in den Kiez konnten beziehungsweise in Teile von Kreuzberg nicht mehr rein konnten, da haben sich auch andere Gruppen beteiligt, auch Einzelne an Straßenschlachten, an Plünderungen, an Auseinandersetzungen mit Bullen. Also, dass die Militanz rein auf Autonome beschränkt wäre, das war damals auf jeden Fall durchbrochen. Da haben auch viele den Mut gefunden und haben da mitgemacht, ganz normale Leute, die sowas sonst nie gemacht hätten und hinterher wahrscheinlich auch nie mehr gemacht haben. Was in der Frage noch ein bisschen impliziert ist, mit dem Begriff privilegiert, würde ich mal sagen, dass die Armutsbevölkerung hier in Deutschland auch nicht so eine große Masse ist, dass man explizit feststellen muss, dass die halt still bleibt und nur wir so Stellvertreter innen mäßig was machen. Das würde ich so auch nicht sagen. Also klar, wir sind privilegiert durch unsere Herkunft. Die meisten, die sich linksradikal organisieren, kommen eher aus dem Mittelstand. Aber es gibt auch keine große verarmte Bevölkerung, die nichts macht. Gab es nach deinem Dafürhalten eine große feministische Bewegung während der Zeit der Autonomen in Deutschland? An welchen Aktivitäten beteiligte sich die feministische Bewegung und war diese Bewegung Teil der Autonomen oder existierte sie parallel dazu? Die feministische Bewegung war in jedem Fall stärker in den 80ern, als sie es heute ist. Auch stärker als in den 90ern. In Bezug auf die Autonomen war es vor allem so, dass es einen Bruch gab ab 1987 zwischen gemischten und Frauen beziehungsweise Frauen-Lesben-Organisationen. Das war in der Vorbereitung auf die EWF-Weltbank-Tagung hier in West-Berlin. Da haben wir uns sehr lange darauf vorbereitet, fast zwei Jahre. Und in dem Prozess gab es eine starke Bewegung, sich separat zu organisieren, weil viele die Schnauze voll hatten, naja, also relativ gesehen jedenfalls von so Mackertum im Redeverhalten. So Phänomene kennt ihr bestimmt auch. Da war der Effekt an eine selbstständige Organisierung während der IWF-Weltbank-Tagung. Es gab eigenständige Frauen-Lesben-Aktionen, aber immer auch in Absprache mit der Gesamtorganisierung. Daraus sind auch Gruppen hervorgegangen, die noch viele Jahre weiter existiert haben. Vorläufer waren auf jeden Fall Organisierungen von Frauen der 68er. Da gab es auch immer noch Infrastruktur, die noch genutzt werden konnte. und natürlich auch das Bewusstsein sowieso und Frauen, die noch aus den Ausläufern dieser Umsetzungsversuche der 68er kamen, was Frauengruppen, Buchläden, eigene Treffpunkte, eigene Tage in gemischten Orten angeht. Das hat sich auch so fortgesetzt über die Jahre, ist aber jetzt sehr viel schwächer geworden in den letzten 15 Jahren. Als Autonome waren wir auf jeden Fall bis zu diesem Bruch erst mal gemischt. Und danach haben sich nicht alle Frauen separat organisiert. Ich auch nicht. Aber es hat schon alles ziemlich stark durchgerüttelt. Orientierung war dabei auch die Rote Zora, einem Stadtgerilla von Frauen, als separate Organisierung der revolutionären Zellen, die gemischt waren. Es gab militante Frauenaktionen zu allen möglichen Themen, nicht nur zu sogenannten klassischen Frauenthemen. Und daran gab es auch immer eine Orientierung, inhaltlich und zum Teil auch praktisch. Zum Beispiel bei nächtlichen militanten Aktionen von Frauengruppen, die auch im Laufe der letzten Jahre oder schon seit längerem auf jeden Fall zurückgegangen sind. Bemerkenswert nochmal die Erinnerung an die Walpurgisnacht-Demos am Vorabend des 1. Mai. Seit den 70er Jahren gab es Frauendemos, die mit mehreren tausend Frauen sehr gut besucht waren. Das hat sich dann auch immer mehr verkleinert, bis dass sie gar nicht mehr existieren. Ganz kleine Aktionen gibt es noch. Aber Walpurgisnacht ist schon lange kein reines Frauenthema mehr. Damals war Deutschland Ziel einer starken türkischen Einwanderung. Kannst du was dazu erzählen, welchen Problemen sie sich ausgesetzt sahen und welche Beziehungen die Migrantinnen zu den Autonomen oder der Hausbesetzerbewegung hatten? In Kreuzberg gibt es viele, auch türkische Migrantinnen. Was autonome Hausbesetzungen angeht, so gab es sehr wenig Bezug von migrantischer Seite. Anfang der 80er gab es so zwei, drei von migrantischen Gruppen getragene Projekte. Zum Beispiel weiß ich von einer Frauengruppe mit einer migrantischen Hausbesetzung 1980. Da gab es wenig Überschneidungen, wenig Berührung, ganz allgemein in der gemeinsamen Organisierung. Am ehesten noch bei der Antifa, was auch in den 80ern und nicht erst seit dem Mauerfall wichtig war. Faschos, die zum Teil auch mal nach Kreuzberg kamen und Leute angegriffen haben oder so ein staatlicher Rassismus. Aber es waren eher organisierte FaschistInnen, die dazu geführt haben, dass sich die Autonomen auch mit anderen Gruppen zusammengeschlossen haben, wie etwa mit Jugendgruppen wie der Antifa Genschlik, einer türkischen Antifa-Jugend. Das war zum Teil sehr fruchtbar und ging auch ein paar Jahre, war aber nicht zutragend für die autonome Bewegung. Es war eher eine Randerscheinung. Was man an dieser Stelle auch noch sagen muss, ist, dass viele, die hierher kamen oder deren Eltern herkamen, wenn sie politisch linksorientiert sind, oft aus marxistisch-leninistischen Gruppen oder ML-geprägten Gruppen kommen, aus den Herkunftsländern, da es eine undogmatische, eher anarchistisch geprägte Orientierung dort auch sehr wenig gibt bzw. gab. Ein anderer Trennungsgrund könnte sein, dass eine Ablehnung der bürgerlichen Lebensweise und der Familie hier, wo die 68er-Bewegung doch ansatzweise einiges bewegt hatte, stärker ausgeprägt war als bei migrantischen Familien. Auch die Männerdominanz in ML-Gruppen ist jetzt nichts Neues, war in der deutschen Bewegung auch so in den ganzen K-Gruppen. Und unsererseits lässt sich auch sagen, dass es wenig Offenheit gegenüber Leuten, die nicht so Szenekots ansprechen, gibt, gegenüber sogenannten Angepassten oder Normalos, was aus so einer eigenen Gruppenidentität kommt. Wenn man so das herrschende bürgerliche Leben so ablehnt, dann ist es auch schwierig, noch offen zu sein gegenüber Leuten, die dem offensichtlich oder scheinbar entsprechen. Das bezieht sich aber auch auf andere Bereiche der Gesellschaft, also gegenüber Leuten, die angepasster leben oder in Anführungszeichen nicht so sind wie wir, dass der Bezug dann auch schwieriger ist, weil unsere Vorstellung von einem anderen Leben sich nicht nur darauf bezieht, dass wir eine andere Regierung wollen oder anders organisiert sein wollen, sondern das alltägliche Leben und die eigene Entwicklung und die eigene Reflexion mit umfasst und es so einfach schwieriger ist, Einpunktbewegungen oder Einpunktaktivitäten wie Antifa so vollständig zusammenzukommen. In den letzten Jahren hat sich das meiner Meinung nach ein wenig geändert, dass auch Leute, die so anarchistisch orientiert sind, aus südeuropäischen, südosteuropäischen Ländern auch mehr hierher kommen und da auch Freundschaften entstehen, was immer unter der Bedingung oder den Umstand entsteht, der gleichen Subkultur anzugehören und nah zu sein, was eben fast schon eine Voraussetzung ist, weil man eben auch kaum Freundschaften knüpft außerhalb von so einer subkulturellen Abendgestaltung oder so, was man auch schade finden kann, aber halt so ist. Ist es eigentlich korrekt, die Vergangenheitsform zu benutzen, wenn über die Autonomen geredet wird? Gibt es die Bewegung noch und ist sie aktiv? Ich würde von Autonomen jetzt nicht in der Vergangenheit sprechen, wir sind auf jeden Fall weniger geworden, wie auch allgemein linksradikale Organisierung, wie auch immer sie sich genannt hat, autonome Gruppe oder Kommunisten oder Anarchisten, aus meiner Perspektive seit Anfang der 80er gesehen auf jeden Fall weniger geworden ist. Erst recht die Organisiertheit dessen, die Selbstbeschreibung ist vielleicht auch nochmal was anderes. Sich organisieren und dann was durchsetzen, umsetzen, gemeinsame Aktivitäten, das hat abgenommen. Deshalb ist es jetzt auch kein Wunder, dass wir auch weniger geworden sind als Autonome. Nochmal dazu gesagt, die machen da auch weiter, sind an kleinen Kampagnen auch immer weiter tätig und können auch gar nicht anders, weil es hat sich noch nicht so viel geändert. Es gibt immer wieder Anlässe, irgendwo anzustoßen und zu versuchen, sich gemeinsam mit anderen, nicht Autonomen zu organisieren. Und die Selbstbezeichnung als Autonome, als autonome Gruppen gibt es noch, hat aber auch abgenommen. Kannst du ein wenig zu den Taktiken und Strategien sagen, die dir Autonomen anwandten, die dann auch andere Bewegungen beeinflusst haben, etwa die Anarchistinnen in den USA? Mir fallen da Themen ein, wie die Ablehnung einer Verhandlung mit der Staatsmacht, die Ablehnung einer Trennung von Zweck und Mitteln und einem Kampf gegen die Stellvertreterpolitik. Ich kann mir vorstellen, dass da was übergesprungen ist. So ist es sicher auch andersherum. Also Seattle 99 war für uns hier auf jeden Fall auch eine Orientierung oder auch so ein Initial für militante Gipfelstürmerei, an denen wir uns auch beteiligt haben. Gipfelstürmerei also in dem Sinne, diese Gipfelproteste mit zu organisieren und in verschiedene europäische Länder zu reisen und dort sich auch an mehr oder weniger militanten Aktionen mit anderen europäischen Gruppen zu beteiligen. Da war Seattle für uns auch sein Bewunderungspunkt. Die USA galt für uns immer als, da geht nicht viel, da gibt es nicht viel Organisiertheit, es erst recht keine Straßenmilitanz. Das war in Seattle auch vielleicht eher der für sie schlechten Taktik der Bullen geschuldet. Aber es hat erst mal große Bewunderung hervorgerufen. Das wollte ich nur noch mal sagen. Auch weil es hier in der Zeit eher nicht so war, also bis Mitte der 90er. Da war hier auch die Stimmung geprägt vom Mauerfall und aufkommenden oder verstärkten Nationalismus, rassistischen Übergriffen, Nazis auf der Straße und so. Die Vermummung als Taktik auf der Straße hat dazu geführt, dass weltweit Gesetze gegen Vermummung durchgesetzt wurden. In Québec war das beispielsweise während der Straßenproteste gegen die Sparmaßnahmen der Fall. Kannst du was dazu sagen, wie das in Deutschland passierte und wie die Autonomen darauf reagierten? Was war die öffentliche Sicht der Vermummung auf Demos? Zur Frage der Vermummung und allgemein zu Legalismus würde ich sagen, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Das ist so eine Parole aus den 80ern. Und wer sich wehrt, ruft halt Reaktionen des Staates hervor, des staatlichen Gewaltmonopols. Das ist schon irgendwie auch klar. Die Frage klingt für mich auch so ein bisschen danach, kann es nicht vielleicht auch Leute abschrecken, in eurem Sinne Kampagnen mitzumachen, die ihr macht oder vorschlagt? Finde ich so ein bisschen schwierig, weil wir machen das natürlich aus den schon genannten verschiedenen Gründen. Und die Orientierung auf die allgemeine Normalbevölkerung ist für jetzt eigentlich nicht maßgeblich, soll uns meiner Meinung nach auch nicht davon abhalten, solche Taktiken zu benutzen. Wir wollen jetzt nicht, um nicht aufzufallen oder nicht in einem schlechten Licht zu stehen, so in Anpassung enden. Das wäre für uns jetzt eher so eine ML-Nummer von den K-Gruppen aus den 70ern, wo man auch sieht, wo die geendet haben. Zum staatlichen Vermummungsverbot, das 1985 unter der Regierung von Helmut Kohl eingeführt wurde, möchte ich sagen, dass das dadurch natürlich auch schwieriger wurde, sich dann tatsächlich zu vermummen. Das wurde immer wieder versucht, so auch beim letzten 1. Mai. Zum Teil wird das toleriert. Vielleicht, weil es gerade nicht so wichtig gesehen wird oder verschiedene Einsatzleitungen unterschiedliche Prioritäten haben. Aber dass natürlich auch Leute rausgegriffen werden, wenn die Bullen da keinen Bock drauf haben. Dass sich aber auch Alternativen überlegt wurden, sich ja eher bunt so zu verkleiden mit Sonnenbrillen oder Schals oder irgendwelchen Pappnasen. Ist dann aber auch die Frage, ob es den gleichen Zweck erfüllt. Es gab zum Beispiel die Pink and Silver genannte Aktionsform, wo Leute im Cheerleader-Style in Silber und Pink aufgetreten sind und dadurch natürlich nicht weniger vermummt waren als ganz in Schwarz. Aber das hat nicht so lange funktioniert, weil die Bullen auch schnell geschnallt haben, dass das auch ein militanter Block ist, der sich auch durch Sperren bewegt und Bullensperren angeht oder Aktionen macht von der Demo aus und dann war das auch nicht mehr so funktional. Aber das waren auch so Überlegungen, die so im Rahmen vom Vermummungsverbot oder wie man als Block trotzdem die Sachen durchsetzen kann, die man möchte, entstanden sind.